Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Ihr habt die Möglichkeit beim Tattoo-Gewinnspiel mitzumachen von mir und zwar im Wert von 300 Euro. Und was biete ich euch und zwar? Auf vier Social-Netzwerk-Kanälen könnt ihr mitmachen. Das bedeutet, ihr könntet viermal teilnehmen und habt die Chance, wirklich eins davon zu gewinnen. Also es gibt halt nur einen Gewinner, weil das muss ich halt so machen. Ich bin selbstständig, kostet mich einen Haufen Knete, sowas. Und deswegen biete ich euch aber trotzdem die Chance, dass ihr halt mehrere Versuche habt, wenn ihr versteht, was ich meine. So und zwar kannst du bei Facebook mitmachen unter Artist Sascha. Nochmal bei Facebook mitmachen unter Tintenfüller-Tattoo. Und dann könnt ihr bei Instagram mitmachen, Tintenfüller Sascha. Nicht mit Ü, sondern mit UE. Aber das schreibe ich alles sowieso in die Videobeschreibung rein. Da sind dann die Links, da könnt ihr dann raufklicken und dann könnt ihr da auch schon mit teilnehmen. Das heißt, ihr müsst einfach nur jetzt bei diesem Video zum Beispiel, müsst ihr kommentieren, Abonnent sein natürlich. Oder nee, obwohl wir machen das mal anders. Kommentieren braucht ihr nicht. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Reicht auch nur, wenn ihr einen Punkt setzt. Das ist völlig egal. Ihr lasst einen Daumen da bei diesem Video jetzt. Und ihr müsst natürlich Abonnent sein von diesem Kanal. Weil sonst kann ich euch nicht, ja, wie soll ich das machen? Wie soll ich den dann wieder herausfinden? Funktioniert nicht. Es gibt da so eine komische Generatoren, da muss man das dann alles eintippen. Und dann, hup, spuckt der halt einen Namen aus. So, und dann lose ich von allen Social-Netzwerk-Kanälen, wo man halt raufgehen kann und mitmachen kann, lose ich dann von den vielen, gibt es dann halt einen Gewinner quasi. Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch einen zweiten Platz mit einem Fofi oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich muss gucken, wie das anläuft. So, Leute. Deswegen, ihr habt die Chance mitzumachen. Ach so, Portfolio. Also, sprich, meine ganzen Bilder, was ich so tätowiere, könnt ihr alle bei Instagram, bei Facebook abschecken. Oder sogar hier bei YouTube könnt ihr in den anderen Videos nachgucken, was ich denn so alles tätowiere. Ihr könnt sogar live, ähm, was heißt live? Ich meine, ihr könnt von Anfang an mit dabei sein, wie ein Tattoo entsteht. Ja, das heißt, ähm, ein Tattoo-Timelapse. Das heißt, von vorne bis hinten, vom Anfang bis Ende. Ja, da könnt ihr euch das angucken. Und dann, ähm, ja, könnt ihr entscheiden, ob ihr mitmacht. Ähm, ich sage, bis denn, Antenne, macht da mit und, äh, Peace over and out.